Hallo und herzlich willkommen bei MenschMesh. In meinem heutigen Tutorial zeige ich euch, wie ihr Polygonspiralen in Affinity Designer erstellen könnt. Ihr seht hier schon mal so ein paar Beispiele. Ich zoome mal gerade rein. Hier habt ihr zum Beispiel das Einfachste mit einem Dreieck, einem gleichseitigen Dreieck. Oder hier, da steht noch Fünfeck, das können wir mal gleich hier auf 4 ändern. Das wird dann hier bei den Schwarzen noch genauso sein. Die sind einfach nur umgefärbt mit einem dunklen Hintergrund. Und schauen wir mal gerade, hier ist nämlich noch so eins. Und ich zeige euch jetzt auf die Schnelle, wie das geht. Ich habe das mal hier für mehrere Ecken gemacht. Ich zeige das exemplarisch und zwar einmal an dem Dreieck und einmal an dem Viereck. Beginnen möchte ich aber mit dem Viereck. Und dazu erzeuge ich erstmal eine neue Datei. Diese hier schließe ich. Wir erzeugen ein neues Dokument mit Command N. Das soll meinetwegen eine Seitenbreite von 1080x1080 haben, also ein quadratisches. Wir zeichnen vom Mittelpunkt ein Quadrat mit gedrückter Shift und Command Taste bleibt das quadratisch und wird vom Mittelpunkt gezogen. Und das ganze Quadrat soll meinetwegen hier 1000 Pixel haben. So, das Quadrat hat bei mir keine Füllung, nur eine Kontur. Die Kontur ist 0,5 Punkte. So, jetzt müssen wir folgendes machen. Wir müssen den Rotationsursprung in die Mitte legen. Da ist er. Und jetzt möchte ich dieses Quadrat drehen. Und zwar um 10 Grad. Das heißt, wenn ich positive Zahlen habe gegen den Uhrzeigersinn, negative Zahlen mit dem Uhrzeigersinn. Mit Shift und Cursor rauf Taste könnt ihr das in 10 Grad Schritten drehen. So, das habt ihr schon mal gesehen jetzt. Jetzt muss ich das aber für ein Duplikat machen, also für ein neues Objekt. Command J. Das drehe ich jetzt. Und das merkt sich Affinity Designer. Und ich möchte es jetzt auch noch verkleinern. Und zwar drücke ich jetzt die Command und die Shift Taste gleichzeitig und verkleinere das jetzt so, bis das genau hier reinpasst. Jetzt hat sich Affinity die Rotation und die Größenänderung gemerkt. Und jetzt wiederhole ich das einfach nur. Und schon haben wir unsere Polygonspirale, wenn wir die mal so nennen. Das war es im Groben und Ganzen schon. Ich gruppiere das Ganze noch. Jetzt möchte ich da ein Artboard von machen. Und dieses ganze Artboard kopiere ich jetzt auch noch mal oder dupliziere es. Ich nehme das mit dem Artboard-Werkzeug und schiebe das hier rüber. So. Das nenne ich mal Viereck bzw. Square. Und das hier soll jetzt eine Demonstration für das Dreieck werden. Dreieck oder Triangle. Und dann zoomen wir da mal drauf mit einem Doppelklick hier auf das Symbol. Hier gehe ich jetzt anders vor. Und zwar, ich lösche die ganze Gruppe mal wieder raus, möchte in diesem Artboard zeichnen und ich zeichne jetzt einen Kreis. Ich weiß, dass man gleichseitige Dreiecke auch anders zeichnen kann. Zum Beispiel mit dem Polygon-Werkzeug. Aber ich möchte den Kreis nutzen, um hinterher auch den Rotationsursprung platzieren zu können. So, jetzt nehme ich mir das Zeichenstift-Werkzeug. Mache hier nochmal. Ja, kann ich auch anlassen. Ist egal. Ich gehe vom Mittelpunkt aus und ziehe hier oben eine Linie rauf. Schalte um aufs Verschieben-Werkzeug. Jetzt wieder den Rotationsmittelpunkt verändern. Und zwar auf das Zentrum des Kreises. Und jetzt das Ganze mit gedrückter Shift-Taste um 100... Na, ich mache nochmal ein Duplikat, Command-J. Und jetzt mit gedrückter Shift-Taste um 120 Grad drehen und noch einmal mit Command-J wiederholen. Dann haben wir das soweit fertig. Und jetzt nehmen wir nochmal das Zeichenstift-Werkzeug und gehen jetzt über die drei Punkte hier hin und haben so ein gleichseitiges Polygon. Und zwar in dieser Darstellung eben mit drei gleich langen Seiten. Ja, jetzt wieder das Verschieben-Werkzeug einschalten und ihr stellt fest, der Rotationsursprung liegt nicht in der Mitte. Das ändere ich jetzt und ziehe den hier genau auf die Mitte. Und jetzt kann ich genauso verfahren, wie ich das vorhin gemacht habe. Diese Sachen hier, die gruppiere ich mal. Das waren ja quasi Hilfslinien. Und jetzt nehme ich mir dieses Objekt. Rotationsmittelpunkt habe ich schon verschoben. Ich drücke Command-J, rotiere das wieder um 10 Grad, gehe auf einen Eckanfasser, drücke Command und Shift, schiebe das da rein und jetzt werde ich das Ganze einfach mit Command-J wiederholen. Ja, und so könnt ihr quasi beliebige Polygon-Spiralen erzeugen. Das geht also auch für andere Vielecke, so wie ihr sie vorhin schon im Vorspann gesehen habt. Ihr könnt das Ganze natürlich auch noch kolorieren. Dafür habe ich hier oben zum Beispiel so eine Grauton-Palette. Sieht auch ganz interessant aus. Mache ich jetzt mal meinetwegen hier für die Quadrate. Müsst ihr natürlich in die Gruppe reingehen. Fangt mit dem untersten an. Das ist ja das zuerst gezeichnete. Und könnt ihr jetzt, na, einmal umstellen. So. Und könnt ihr jetzt quasi umfärben. Und hier einfach ebenenweise weitergehen und sagen, ich möchte immer nach innen zum Beispiel heller werden. Und damit bekommt ihr ganz schöne Effekte hin. So, es sind noch ein paar Rechtecke hier oben über. Das könnt ihr natürlich bei den anderen genauso machen. Ich habe das jetzt absichtlich mit Grautönen gemacht, weil ihr könnt hiermit jetzt folgendes tun. Ihr könnt jetzt hier zum Beispiel, ich zoome da nochmal rein. So. Ihr könnt jetzt hier zum Beispiel noch in die Gruppe eine Anpassungsebene legen. Und könnt hier zum Beispiel das Umfärben auswählen, dieses Werkzeug. Und dann könnt ihr damit nette Effekte erzeugen. So wie ihr das auf dem Startbild vielleicht gesehen habt. Ihr könnt hier die Farben ändern. Und das ist eben schön, wenn ihr mit diesen Schwarztönen arbeitet. Oder mit den Grautönen. Dann könnt ihr die hier vom Farbkanal quasi euren Vorstellungen entsprechend verändern. Es sieht auch interessant aus, wenn man da reinzoomt. Als ob sich das Ganze so drehen würde. Ganz nette Effekte. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage bis zum nächsten Mal bei Mensch Mesh.